umzusetzen braucht man eins unbedingt einen guten plan ohne den funktioniert nichts seit schon mehreren jahren versucht das war unser montags magazin etwas anzuschaffen was unabdingbar geworden ist in der vergangenheit und jetzt wieder auch nötig wird und zwar ein übertragungswagen die pläne haben sich einigermaßen finalisiert und wir möchten ihn den jetzt vorstellen zusammen mit ulu schön dass du da bist guten abend der ü wagen warum ist der denn so wichtig für das wormser montagsmagazin wir möchten live von vor ort berichten das versuchen wir bei bestimmten veranstaltungen und wichtig ist es halt dass wir das relativ schnell und auch mit geringem aufwand machen können und dazu ist eben einen übertragungswagen wichtig weil da eben die technik untergebracht wird und wir müssen eben vor ort weniger aufbauaufwand haben und so weiter wir haben diesen wagen hier einmal planar auf dem studioboden drauf gemacht wir sind jetzt hinten an der an der tür und wir wollen da jetzt einmal reingehen pro udo lass uns einmal reingehen hinten durch die tür zwei meter hoch wie groß wird denn der wagen denn von der maße her soll er denn sein also wir haben das uns überlegt und wir kommen ungefähr mit den maßen vier meter mal grob zwei meter aus in breite zwei meter länge vier meter und höhe zwei und vielleicht so zwei meter ein meter 80 müssen wir schauen ja dann lass uns doch einmal durchgehen was denn wo alles stehen soll und warum man das alles braucht wir beginnen mal hier vorne also hier das weiße sind dementsprechend die wände oder ich nehme einmal hier platz du kannst mir dann erklären was wird denn dann hier vorne sein ich nehme an die bildregie hier wird die bildregie sagen ja symbolisch steht da jetzt mal so ein tisch natürlich kommt da eine arbeitsplattform hin und da wird neben der bildregie das heißt die steuerung der kameras und der videoaufzeichnung wird dann auch noch die grafikabteilung hier das heißt wenn man kennt es wenn so titel einblendungen in das bild gemacht werden wo zum beispiel der name des protagonisten draufsteht das ist eine grafik oder wenn text einblendungen oder ganze grafiktafeln eingeblendet werden das wird alles hier stattfinden ja das heißt wie viele kameras wie viel eingangssignale können hier abgewickelt werden von der bildregie das kann das können acht sein das können aber auch noch mehr sein das heißt bei verschiedenen produktionen haben wir sogar mehr als acht zuspieler die wir die wir verarbeiten können der platz hier ist ja relativ eng zu wie viel kann man denn dann hier sitzen und wie viele werden dann überhaupt benötigt ist das abhängig von der produktion ja das natürlich also die mindestbesetzung würde ich sagen ist zwei personen einer fürs bild und einer für den ton da kommen wir gleich zu aber in der regel werden wir mit drei personen hier in dem übwagen dann arbeiten weil es ist sehr sinnvoll wenn jemand sich um den ablauf kümmert und der dann auch noch die zum beispiel die titel einblendungen vorlegt also halten wir noch mal fest hier an der wand wird dann hier dass der bildmischer stehen dementsprechend auch die bildschirme dass man sehen kann welche kameras also einmal so nix bild wahrscheinlich wohl die ganzen eingänge von den kameras zu sehen ist und dementsprechend auch das ausspielsignal und oben links und oben rechts lautsprecher und damit gehen wir zum nächsten punkt denn diese lautsprecher sind für die stationen hier hinten dran für den ton ja den ton ist natürlich ein wesentlicher bestandteil und der hat von der bedienung zunächst mal überhaupt nichts mit dem bild zu tun das sind zwei getrennte vorgänge und die beiden personen die die bedienung dann durchführen die müssen natürlich sehr engen kontakt haben und die müssen auch sich sehr genau absprechen den ton und bild gehören ja fest zusammen und ja für den ton haben wir dann eben sozusagen in der zweiten ebene der demjenigen der bild macht über die schulter schauen warum ist das so wichtig dass er noch oben drüber guckt ja er hat erstens die sieht alles was am bild abläuft muss dementsprechend ja auch die tonsignale daneben steuern wie steuern für alle die es nicht verstehen warum ist das wichtig wo ja es ist ja wichtig dass nur die leute zu hören sind die gerade auch praktisch on air sind also du in dem fall in dem fall während es du und ich und nicht irgendwelche anderen leute noch die vielleicht schon ein mikro angesteckt haben und die erst später dran sind und der der ton macht der muss dann eben die tonquellen die gerade zu hören sein sollen eben mit den reglern eben hochziehen und die anderen eben auf null setzen wir haben hier ein ton mischpult was für technik wird denn im einsatz sein was ist dort geplant für den tonplatz ja am tonplatz wird ein digitales ton mischpult sein heute sind die meisten bearbeitungsgänge digital früher vor 30 jahren vor 32 jahren als wir angefangen haben da gab es diese technik noch nicht da wurde alles analog gemacht aber von der bedienung sagen wir hat man heute zwar mehr möglichkeiten mit der digitalen technologie aber grundsätzlich macht man das gleiche man regelt im prinzip die tonsignale von den einzelnen protagonisten und natürlich auch wenn jetzt beispielsweise ein zuspieler kommt das heißt eine videoeinspielung dann muss dieses tonsignal hochgezogen werden oder wenn eine musikeinblendung kommt oder überlagert wird das wird dann auch am ton mischpult gemacht alles was die leute über die lautsprecher hören wird hier am ton mischpult gesteuert das heißt die kommunikation zwischen diesen beiden positionen ist sehr sehr wichtig die müssen natürlich auch miteinander verbunden werden dafür sind natürlich die kabel natürlich und diese verbindung zwischen diesen einzelnen sachen auf technischer eben natürlich sehr sehr wichtig wir haben jetzt immer davon gesprochen wo was sein wird aber wie werden denn die kabel verlaufen wenn man sich vorstellt hier zwei mal vier meter und dann auch noch kabel wie darf man sich das ja also die kabel die werden wir dann zeig mal zeig mal zeig mal also wobei die verlaufen wahrscheinlich an der wand also die werden in kabelkanälen die montiert sind verlaufen die genaue position die ergibt sich dann erst wenn man wenn man die geräte alle haben aber die werden so verlaufen dass man sie jederzeit auch ergänzen kann und austauschen kann das heißt die 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 möglichkeit muss immer gegeben sein dass wir uns erweitern können oder entsprechend anpassen auf besondere anforderungen also dass der übrigen der ist auch kein statischer übrigen das heißt jede produktion sieht ein bisschen anders aus und es kann sein dass man für die eine oder andere produktion dann auch andere techniken einbauen müssen und das sollte so flexibel sein dass es eben mehr möglich ist lass uns mal zurückblicken auf den alten ü-wagen den es früher gab das war ja ein selbstfahrendes gefährt jetzt ist es wird es höchstwahrscheinlich ein anhänger wenn ich das richtig verstanden habe warum ein anhänger was hat das denn für einen vorteil im gegensatz zu einem auto es gibt mehrere vorteile erstens von vornherein wenn man auf die laufenden kosten blickt ist es halt so dass ein kraftfahrzeug kosten verursacht im bereich der der instandhaltung und natürlich auch versicherung und so weiter natürlich hat ein anhänger kostet auch versicherung aber wesentlich weniger dann kommt noch dazu dass man wahrscheinlich mit einem anhänger auch flexibler sind vor ort dass wir da eben besser mit platz zurecht kommen und aber die kostensituation ist natürlich eine wesentliche deswegen haben wir überlegt uns einen sogenannten koffer anhänger anzuschaffen und also die versicherung das ist ein großer posten tüv ist natürlich auch bei einem anhänger fällig aber in standhaltung ist da wesentlich einfacher zu gewährleisten du hast das entscheidende pünktchen schon angesprochen und zwar den posten das geld wie sieht es denn mit der finanzierung aus da ist ja schon jede menge passiert ja wir haben seit letztem jahr von verschiedenen institutionen sehr spenden bekommen also für dieses projekt dazu zählen die lions der verein der lions dazu zählt die sparkasse und die volksbank dazu zählt auch die ewr stiftung man darf die allemal nennen weil das schon sehr wichtig ist für dieses projekt denn es sind erhebliche kosten hier die die da auf uns zukommen und wir haben auch wir werden auch gefördert durch eine stiftung des landes rheinland-pfalz und natürlich ist auch ganz wichtig dass die landesmedienanstalt uns immer unterstützt mit sehr viel in unseren aktivitäten das heißt bei welchen produktionen die man jetzt auch schon aus unserem programm kennt kommt denn normalerweise dann dieser über wo soll der dann zu einsatz kommen ja das sind so veranstaltungen wie ganz ist in diesem jahr leider relativ ausgefallen das backfisch fest ja der umzug von backfisch fest die eröffnung von backfisch fest aber auch andere veranstaltungen beispielsweise jazz festival und aber auch durchaus politische oder kulturelle veranstaltungen die über das ganze jahr hinweg in warm stattfinden die eben nicht hier im studio stattfinden sondern vor ort und wir haben hiermit die möglichkeit relativ schnell und flexibel zu reagieren und vor ort zu fahren und die technik dann praktisch vor ort zu haben das was normalerweise im studio sich befindet und können dann fernsehsendungen übertragen der unterschied dazu was man ja auch jetzt sagen können ja das macht ja doch schon 30 jahren ihr geht mit der kamera irgendwo hin ja da geht man mit einer kamera vor ort aber da kann man keine sendung produzieren und live sendung ist dann noch schwieriger mit so einem übertragungswagen kann man eben komplette sendungen produzieren wir denken zurück vor zwei jahren war der rheinland-pfalztag in worms da haben wir eben vor ort ein studio aufgebaut war sehr sehr viel aufwand bis das stand und mit so einem übertragungswagen wir können hinfahren wir können hinfahren und haben es relativ schnell dann fertig und können los produzieren also hinfahren auspacken und plug and play das wäre idealerweise ok aber trotzdem ist schon noch viel arbeit notwendig für so eine produktion im vorfeld aber es ist natürlich so ein übwagen gibt uns viel mehr möglichkeiten dann lass uns doch gerade noch mal einen hinten raus gehen aus dem übwagen da gibt es nämlich noch einen spannenden punkt nämlich hier links die grünen kabeltrommel das sind nämlich die kamerakabel mit denen die kameras dann angeschlossen werden wie kommen denn die kabel aus dem wagen raus ja zunächst ist die frage wie sie reinkommen also diese kabeltrommel die sind erstmal mobil die die haben dann einen bestimmten platz in dem übwagen da werden sie fixiert weil es ja wichtig dass sie bei der fahrt dann die sind recht schwer 25 kilo das stück dass sie damit umfallen und vielleicht auch noch andere geräte beschädigen und ja wenn dann wenn man vor ort angekommen sind dann werden die kabel eben ausgerollt und das sind von der grundausstattung hier vorgesehen vier kabel ja also dann für diesen rest also dann für die vier so und da sind 100 meter kabel drauf auf den kabeltrommeln und die reichen dann bis zu den kameras und an den kameras da werden die angeschlossen und über diese kabel das sind nicht nur einfache video kabel wie man es vielleicht schon zu hause kennt zwischen dem dvd oder blu-ray player und dem fernseher hdmi wäre das ja dann wird das video und audiosignal drüber sondern hier läuft auch noch die stromversorgung für die kameras hier läuft das intercom intercom für alle die es nicht wissen bedeutet das ist die kopfhörer mikrofon verbindung zwischen der regie wir können es auch hier einmal an den kameras zeigen wenn man hier unsere kameraleute sieht die dann unsere kameras dann bedienen würden die haben dementsprechend so einen kopf so einen kopfhörer aus der wird dann auch damit dann zu sehen sein der wird hier auch drüber gespeist und das ist nicht nur das hören sondern der kameramann kam auch im dazfall eben in die regie sprechen wenn irgendwas zu berichten ist irgendeine technische information die jetzt wichtig ist für den der an der regie sitzt und dazu kommt noch das kennt man auch die kameras haben so ein rotes licht das rote licht ist dann an wenn die kamera und er ist ich sehe jetzt hier die kamera 30 grad und er und deswegen ist bei der kamera 3 dann das rote licht an ja und das ist wichtig für manchmal für die protagonisten oder die moderatoren dass die wissen in welches kamera sie schauen sollen wenn sie jetzt das publikum ansprechen möchten udo du sprichst ja wirklich ist ja wirklich jede menge an technik die da jetzt die da jetzt drin steckt wie viel fehlt denn noch vor allem in der finanziellen sicht du hast schon angesprochen es gab schon ominöse spenden aber ich habe das gefühl spenden sind immer noch sehr notwendig und immer noch sehr sehr erwünscht ja man kann sich vorstellen diese technik die hier zum einsatz kommt die die ist recht teuer weil es halt professionelle fernsehproduktionstechnik ist und wir haben schon bestimmte ausstattungs geschichten jetzt angeschafft aber wir brauchen zum beispiel noch um flexibler arbeiten zu können eben solche kabeltrommeln oder wir brauchen noch bestimmte zuspielgeräte und bestimmte bedieneinheiten für die bildmischer und das ist das sind noch sachen die wo es noch eben mangelt und da ist noch ein ziemlicher ziemlicher batzen an geld notwendig und das ist im moment die situation wo wir dran arbeiten meine damen und herren wenn ihnen dieses projekt gefällt als treuer wm zuschauer sie wissen was da alles hinten dran steht dann kann man euch unterstützen auf welchen wegen udo ja man kann es gibt verschiedene wege einmal ist es natürlich so unser team leute die interesse haben bei uns mitzumachen die sind immer herzlich willkommen die können uns auch besuchen die können auch zu uns kommen jeden freitag wie jetzt auch sind wir live hier im studio und ab 18 18 uhr 30 trifft man uns hier an das ist die eine sache und natürlich wir sind ein gemeinnütziger verein wir sind auf spenden angewiesen und wir können eben spenden sehr gut gebrauchen und die die kontakte hierzu die finden sie auch dann auf unserer homepage und das ist www.wmm-tv.de udo vielen vielen dank dass du die zeit genommen hast uns einmal wirklich bildlich den ü wagen hier zu erklären vielen dank und meine damen und herren vielen dank für interesse und sie sehen jetzt direkt die finale planung für den ü wagen wie das denn bildlich dann auch aussehen kann rbb 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 rb Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.